Liebe Freunde, liebe Mitmenschen, wir lassen uns nichts verbieten. Wir haben sehr vieles getan für dieses System. Alle Menschen, die woanders nichts bekommen, kriegen bei uns hier ein Asyl. Sie können jede Zeit zu unserem Haus kommen als Freunde. Lasst euch nicht unterkriegen. Danke. Bravo! Wir sind eine große Familie. Wir gehören zusammen. Liebe ist beide. Wir sind eine große Familie. Wir sind eine große Familie. Und wir werden zu bleiben. Wir werden zu unserem Haus kommen. Untertitelung des ZDF, 2020